Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, die bis etwa 14.15 Uhr andauerten. Eine echte Amok und Gefahrenlage konnte nicht verifiziert werden. Weil um die Schule auch die Straßen weiträumig abgesperrt wurden, kam es für einige Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Trierer Innenstadt. Der Platz vor der Schule wurde während des Einsatzes geräumt. Zahlreiche bewaffnete Polizisten und Rettungskräfte hatten sich am Gebäude postiert. Einige Schulklassen wurden zu ihrer eigenen Sicherheit in ihren Klassenräumen eingeschlossen. Laut Polizei konnte ein Teil der Schüler das Gebäude der berufsbildenden Schule verlassen und hatte sich auf dem Paulusplatz gesammelt. Ein Teil der Schüler haarte in der Turnhalle der Schule aus. Die Schüler wurden durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst betreut. Im Laufe des Tages wurden die Klassen von schwer bewaffneten Polizisten aus der Schule geführt. Unter den Schülern herrschte große Aufregung, aber keine Panik. Allerdings mussten einige Schüler ärztlich behandelt werden, die unter Schock standen. Alle Schüler, die das Gebäude verlassen konnten, durften nach Hause gehen. Insgesamt wurden 14 Jugendliche wegen Panik, Schwindel oder Herz-Kreislauf-Probleme ärztlich versorgt. Drei von ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Eine echte Amok- oder Gefahrenlage hat sich auch nach Absuche aller Gebäudekomplexe der berufsbildenden Schulen nicht bestätigt. Die Zusammenarbeit aller fast 400 eingesetzten Kräfte von Polizei, Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren, Rettungsdienst und Katastrophenschutz verlief reibungslos.